Sind es Roboter oder Aliens, die uns angreifen und uns vernichten werden? Oder ist es ein gigantischer Asteroideneinschlag oder gar ein Atomkrieg, der die Menschheit endgültig auslöschen wird? Ein großes internationales Forschungsteam sagt jetzt, das alles ist es nicht, sondern drei Pandemien, die auch noch ineinander greifen und zu einer globalen Syndemie führen. Clixoom Science & Fiction, hier gibt's jeden Tag spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Ein bisschen erinnert mich das an die Warnungen des weltberühmten Physikers Stephen Hawking, der uns immer wieder vor Augen gehalten hat, welche Faktoren zur Auslöschung der Menschheit führen könnten. Zum Beispiel genetisch veränderte Viren, ein Atomkrieg oder künstliche Intelligenz. Ein großes Team aus internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt Hawking in seiner aktuellen Studie jetzt zum Teil recht. Und zwar sehen die Fachleute die Existenz der Menschheit aktuell durch drei Pandemien bedroht. Also weltweite Epidemien. Das Forschungsteam hat für ihre Arbeit mehr als 350 Quellen ausgewertet. Und eine der eingegrenzten katastrophalen Pandemien ist der Klimawandel, ähnlich wie es Hawking eben einmal gesagt hatte. Den Autoren und Autorinnen zufolge werden Umweltschäden ignoriert, die durch die derzeitigen Ernährungssysteme den Verkehr, den Städtebau und die Landnutzung verursacht werden. Ein Faktor also, der das Überleben der Menschheit riskiert und das einzig und allein aus Machtgier und finanziellen und wirtschaftlichem Erfolg. Laut der Fachleute aus 14 Ländern könne der Klimawandel in diesem Zusammenhang durchaus als Pandemie gesehen werden. Schließlich habe er weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und zudem auch auf die Gesundheit der Erde. Passend also zur Definition des Begriffes Pandemie, womit im engeren Sinne ja eine Krankheit gemeint ist, die sich über Länder und Kontinente ausbreitet, also nicht örtlich begrenzt ist. Die beiden anderen Pandemien, die das Überleben der Menschheit gefährden, sind demnach zwei Krankheiten, die mit unseren Ernährungsgewohnheiten zu tun haben. Unterernährung zum einen und zum anderen Fettleibigkeit. Eigentlich ja zwei Krankheiten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Doch einer der beteiligten Forscher, Boyd Swinburne, sieht das komplett anders. In Wirklichkeit werden sie beide von den gleichen ungesunden, unangemessenen Ernährungssystemen angetrieben, die sich ausschließlich auf das Wirtschaftswachstum konzentrieren und die negativen Folgen im Hinblick auf die Gesundheit sowie die Chancengleichheit ignorieren. Es ist ja wirklich ein verzerrtes System, in dem wir leben. Millionen von Menschen auf unserer Erde haben nicht genug Nahrung und leiden unter Unterernährung. Dagegen steht die Überproduktion und der enorme Konsum, der in den westlichen Ländern zu Übergewicht und Fettleibigkeit führt. Fast zwei Milliarden Menschen gelten weltweit als übergewichtig oder fettleibig. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten auch fest, dass unsere Gesellschaft ebenso wie Politiker und Regierungen selbst Ursprung dieses Problems sind. Denn der Einfluss durch die Lebensmittelindustrie ist groß und schlechte Ernährungsgewohnheiten können sich so durchsetzen. So kommen die Fachleute zu der Erkenntnis, dass alle drei Pandemien zusammenhängen. Denn ungesunde Ernährung macht nicht nur uns Menschen krank, sondern fördert zudem auch noch den Klimawandel. Als Ursachen dafür werden in der Studie unter anderem die Landnutzung und die Landwirtschaft genannt. Große Agrarbetriebe betreiben Monokulturen und nehmen dadurch unter anderem das Abholzen von Wäldern, schwere Umweltschäden und ein massives Artensterben als Folgen in Kauf. Das Forschungsteam warnt davor, dass sich diese drei Pandemien Klimawandel, Fettleibigkeit und Unterernährung zu einer sogenannten globalen Syndemie entwickeln. Das bedeutet in etwa so viel wie ineinandergreifende Gesundheitsprobleme der Studie zufolge die größte gesundheitliche Herausforderung für Mensch, Umwelt und Planet im 21. Jahrhundert. Die Experten und Expertinnen fordern Regierungen weltweit auf, den Einfluss großer Lebensmittelkonzerne zu minimieren und Verantwortung zu übernehmen. Richtlinien und Verträge könnten den Ländern dabei helfen, eine nachhaltige und gesunde Lebensmittelpolitik auszuarbeiten. Zudem sei es notwendig, unsere Ernährungssysteme neu auszurichten und zwar komplett. Wünschenswert seien demnach beispielsweise bessere Informationen für Verbraucher und Verbraucherinnen. Etiketten beispielsweise, die genau auflisten, welche Zusätze in stark weiterverarbeiteten Produkten enthalten sind. Dazu geben die Autoren und Autorinnen eine sehr eindrückliche Warnung heraus. Schönheitsreparaturen an der Oberfläche werden nicht die Ergebnisse liefern, die die Welt für das 21. Jahrhundert braucht. Sorry, wenn wir hier wieder mal Panik verbreiten, wie ja manchmal kritisiert wird, aber es gibt halt keine Forscherinnen und Forscher, die eine rosige Zukunft ausmalen. Klimawandel, Fakt oder Fiktion? Für dieses Video hier klicken, anschauen und Raumzeit-Vlog der Zukunft abonnieren. Bis dann, bleibt dran! Was